Wir befinden uns im Museum Weißenfels in der aktuellen Sonderausstellung Stiletto-Dialoge. Eine Schau, die gerade frisch eröffnet ist und bis zum 6. November 2022 noch läuft. Ja und wir zeigen dir diesmal Kunst, genauer gesagt Skulpturen und Fotografien. Paul Albert Wagemann hat den Stilettoschuh, also einen hochhappigen Absatzschuh, genommen und diesen mit vielen anderen Materialien kombiniert und zu Skulpturen verarbeitet. Und Ingrid Sturm hat diese Skulpturen fotografiert, die Bilder letztendlich bearbeitet, entfremdet und so sieht man hier eine schöne Kombination aus Skulptur und Fotografie.